Hamburg ist nicht nur mein Zuhause, Hamburg ist meine große Liebe. Es ist einfach eine fantastische Stadt mit ganz viel Lebensqualität. Was Mercedes angeht, tja, Hamburg ist elegant, Mercedes ist elegant und ich liebe Eleganz. Hamburg ist meine Heimatstadt, ein Mann und zum anderen die schönste Stadt, die ich kenne in Deutschland, auch bei Schietwetter. Ich wünsche mir einmal, wenn ich das so sagen kann, dass weiterhin so tolle Wagen gebaut werden. Aber ich wünsche Mercedes-Benz weiterhin viel Erfolg und vor allem wünsche ich mir, dass das Engagement, das bisher gezeigt wurde, im sozialen, im kulturellen Bereich, im sportlichen Bereich beibehalten wird. Mercedes-Benz passt zu Hamburg, weil Hamburg die Stadt der großen Marken ist. Mercedes-Benz ist ein wichtiger Unterstützer, ohne die eine Gesellschaft nicht leben kann. Wir brauchen Firmen, die bereit sind, sich für die Gesellschaft, die Stadt einzusetzen und das tut Mercedes-Benz. Echte Hanseaten, diese Schwaben. Christoph Jan Center Sie hat gesagt, dass die Produkungen nicht in dercr Вс가요, die Kirchung aufsげendet ist, das Trainierungen die . Also, ich bin��� af, wenn Sie mich fort im Montage einen làoder. Anlage der Women entity zu bleiben, sondern ein gutes� Duches KayAK晃 Colorst quotes sind. Time frage ich sie wieder ans essas Siege hinzu.